Hallo meine tschüss und herzlich willkommen zurück zu DOOP Leid ihr verpasst ja die ersten die erste Minute sage ich jetzt mal weil sich leider beim PC aufgehangen hat aber es sollte jetzt eigentlich wieder so weit alles funktionieren das heißt ihr habt doch noch nichts verpasst was wirklich interessant war außer hier die betrunkenen die rumrennen aber ich denke das sollten wir hinkriegen so wir wachsen mal zum Plasma Gewehr genau jetzt mal hier rüber ja was ich steh auf und hier noch die Muni die Muni die Rüstung und dann neue Waffe dem Tüten 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 und dann sind schon die ersten Gegner die leider hey chillt eure base hier nice die waffe ist gut die waffe ist gut die waffe ist gut deswegen laufen wir gerade hier weiter und ihr hört die musik schon ihr hört die musik schon jetzt hab ich mal kurz auf 1 hier schnauze betrunken da was mit dir siehst du druck und zu schlagen so laufen weiter wir gucken mal kurz in karte rein sind wir hier sind hier oben ok es gibt auf jeden fall extrem viel zu entdecken der hölle klaus peter klaus peter klaus peter chill deine base klaus peter verdient aber so hässliches gesicht ja du bist auch dead genau die munition nice und geht schon wieder weiter ruhig da ist wieder so ein mongo wechseln 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 der offenen congressional top 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 die halten extrem viel aus und es war es mit deinem gesicht ja ich habe schon wieder kurz standbild und ich weiß wieder nicht warum es hatte so jungen und auf jeden fall noch die rüstung Rüstung ist wichtig, genau. Ich darf jetzt erst mal kurz hier oben rum. Da ist nämlich glaube ich wieder ein Artifakt oder auch nicht. Kommt hier nicht rein. Okay, da kommen wir gar nicht rein. Okay, kommen wir momentan nicht rein. Okay, okay, okay. Warum kommen wir da momentan? Das ist alles schon wieder. Wir holen jetzt die Rüstung. Hier sind auf jeden Fall noch irgendwelche Leute. Ah, zum Beispiel hier. Hm, hi. Das hat auf jeden Fall geschmeckt. Kommen wir hier rein. Nee, kommen wir nicht, schade. Okay, dann kommen wir weiter runter. Das haben wir ja nichts verpasst. Wenn doch. Egal. Wir sind die Chilis. Oh, was bist du denn für ein... Hab ich gesagt, dass du hier spawnen darfst? Nein, hab ich nicht. Hallo. Holy shit. Was ist jetzt mit dir? Hier, hier. Weg, weg. Aua, aua, aua. Hilfe. Hilfe. Weg, weg, weg. Ah, ich... Komm nicht weg, ich komm nicht weg. Nein. Kill. Fuck. Fuck. Och, Mann. Oh. Der hat mich nicht rausgelassen, der Hund. Der war zu dick. Ich rede mal mit seiner... Ich rede auf jeden Fall mit ihrer... Mit seiner, ihrer Fitnesstrainerin. Geht so nett. Och, nö. Jetzt darf ich den ganzen Käse drauf machen. Echt jetzt? Okay. Ah, den machen wir jetzt aber anders da. Das dauert es uns zu lang. Zap. Zap. Boom. Kopf ab. Zap. Zap. Und du auch. Klatsch. Ab ins Gesicht, Digga. Kann dir nur helfen. Achso, das war's. Habe ich die neue Waffe schon? Das war gerade mal durch. Habe ich die neue Waffe? Oh, da ist doch die neue Waffe. Kommt, die nehmen wir jetzt aber mit. Ruhig, habe ich gesagt. Rauna. Ruhig. Ruhig. Ah, die braucht aber viel zu lange, um zu laden. Aber. Oh. Oh. Nice, nice, nice. Oh, da ist er weg. Und er auch, nice. Okay, wir bleiben doch erstmal bei der Waffe. Oh, hallo. Ist ruhig. Oh, da ist wieder Hans-Peter. Ne, Hans-Peter ist da noch nicht. Ja, komm hoch. Digga. Ah, die braucht halt auch einfach viel zu lange, um zu laden. Oh, verfehlt. Wie ist der? Jawohl. Das droht genau, nice. So, da hat das. Ah, schwere Stummgewehr. Das sind eindeutig viel zu viele Monster. Und viel zu wenig Munition. Eins und beiden. Okay, da haben wir es vorhin schon probiert, da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz gemütlich da runter. Ich habe noch gerade da gesehen. Komm zu Papa. Komm. Hallo. Okay, euch wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. So, da ist der erste. Zap. Kopf ab, Dicker. Oh. Woher kommst du? Oh, chill deine Base, genau. Big Jump ist ein bisschen schlafen. Hilft auf jeden Fall. Nice. Jetzt gehen wir mal hier runter. Zap. Tot. Genau. Ich hasse dich doch schon wieder. Ah, ja. Nice, der ist tot. Oh, da ist Klaus-Peter. Da ist Klaus-Peter. Klaus-Peter. 200. Ah, okay. Hallo. So, nice. Da ist der Kopf weg. Oh, 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 oh. Erstmal hier kurz mit der Munition holen. Oh, da ist schon wieder da. Mutter. Nee, weg von Mutter, weg von Mutter. Ich habe Angst vor Mutter. Da hol mal Raketenwerfer kurz raus, genau. Und da. Zap. Ab. Weg bist du. Du bist ja nicht die Mutter, aber gut. Oh, da ist Mutter. Da ist Mutter. Oh, 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 oh. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein. 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 Abhauen. 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 Nein, ich bin schon wieder fast tot. Oh, was ist denn mit euch? Chillt mal eure Base jetzt, bitte. Oh, ich brauche... Da, 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 da. Nice. Es ist einfach viel zu viel hier gerade. Hallo. Wo ist Mutter? Da ist Mutter. Nice, und wieder hoch. Genau. Zap, zap. Hoch, 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 hoch. Oh, Medikamente. Jawohl. Nice. Medikamente. Ich habe ein Gita. Ich brauche Medikamente. Bitte gibts mir. Danke. Ja, genau. Und ein Schuss. Hau ab. Hau ab. So, tot. Zap. Komm her. Hau weg zu rennen. Das ist wieso keine Chance. Ja, wenn ich ein Treff, irgendwann mal. Oh. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, ich brauche auf jeden Fall. Danke. Oh, da ist Mutter tot. Nice. Okay, jetzt müssen wir runter. Die kleinen, schwulen Gestalten hier mal kurz aufhören. Oh, 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 oh. Nice. Tot. Gut. Einer, einer. Oh, einer ist noch da. Einer ist noch da. Wo ist er, wo ist er, wo ist er. Von wo trifft er mich denn? Hau ab. Ho, ho. Zap. Ja. Und da kommt der Nächste. So, und weg ist er. War es das? Ne, war es nicht. Der kommt jetzt schon wieder. Oh, oh. Danke. Zap. Oh, nice. Er ist weg. Das war es. 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 Jawohl. Speicherpunkt erreicht. Genau. Nice. So, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Okay. Da, da, da. Wir müssen auf jeden Fall da rein. Wir laufen, glaube ich, erstmal hier lang. Ganz kurz. Und auf jeden Fall, wir gucken uns erstmal um. Wir wollen jetzt hier mal die ganze Munition vollziehen. Irgendwo was vorhanden sein sollte. Genau, nice. Da ist nichts mehr. Okay. Oh, man kann auch mal kurz in den Tod springen, wenn man will. Was nicht sein muss, aber man kann es machen. So, habe ich lebe. Da ist nochmal die Rüstung. Nice. Okay. So, wir laufen nochmal weiter. Hier hoch. Gibt es hier nochmal was? Nein. Das heißt, wir laufen mal zum Ziel. Jawohl. Und hier gibt es wieder Totenkopf. Karte wurde aktualisiert. Gut, nice. Wir holen uns jetzt hier erstmal den Panzer jetzt. Und wer bist du? Gelber Schädel. Okay, das sind jetzt wahrscheinlich genau die gleiche Schlüssel, die wir vorher gesucht haben. Sind jetzt nicht keine Schlüsselmesser, sondern Schädel. Das heißt, wir scrollen jetzt mal hier raus. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Ja, am einfachsten so. Okay. Mal kurz gucken, sind wir hier richtig? Genau. Ach, ich liebe es, wenn ich weiß, ob ich richtig bin oder falsch. Nee, eigentlich müssen wir wieder zurück. Aber wir laufen trotzdem mal kurz hier lang. Ah, da jetzt wieder ein Akku. Okay. Nice, hier kommen wir hoch. So, und jetzt? Schöner kommen wir auch hier hoch. Nice, jawohl. Und dann müsste hier eigentlich... Da hat die Fahrzeugen anders nicht hinkommen. Ja, nice. Kann man... Kaum... Oh, warum... Hä? Warum komme ich jetzt da nicht dran? Lass mich durch, bitte. Mal an, jetzt komme ich... Oh, jetzt komme ich da nicht durch. Okay, okay. Äh, warum? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso und weshalb. So, das heißt, wir gehen jetzt mal wieder auf die Karte. Okay, an den Artefakt komme ich nicht dran. Aber, ich kann auf jeden Fall hier weiter. Aber es ist gesagt, ich muss hier weiter. Okay. Jetzt hat man auch die ganze Munition einsammeln. Genau, nice. Da auch. Jetzt sind wir schon voll. Oh. Uiuiuiui. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. Okay. Ja, toll, jetzt komme ich da hoch, aber wir kommen nicht ans Artefakt. Hä? Warum? Warum komme ich da nicht ans Artefakt? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ha, das ist gut, jetzt beide Let's Base. Schreibt es mir in die Kommentare. He, he, he. Oh, wir haben einen Speicherpunkt. Okay, nice. Okay, was bist du? Im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden, stand einer aufrecht. Die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schattenebenen, voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter. Und jene, die den Biss seiner Klinge spürten, nannten ihn den Schicksalsschlechter. Krass. Okay. Also ich denke, man merkt auch gerade hier in dem Feature, Doom ist nicht nur ein reines Doom, das Geballere, sondern Doom hat auch wirklich Geschichte dahinter. Wir laufen jetzt noch mal kurz nach hinten, weil vielleicht ist jetzt das Artefakt offen. Also ich hoff's. Und bei Chili ist hoffen, oftmals ein Fehler. So, wo war das Artefakt jetzt nochmal? War doch hier oben, oder? Nee. Wo war das Artefakt jetzt nochmal? Ah, jetzt nochmal schnell zum Artefakt hinten. Bitte, wo warst denn? Ja, es gibt doch sowas wie eine Karte, da findet man das auch schneller. Das war doch da, oder? Hä? B.B. jetzt ganz... Okay, dann wieder steht es ultra auf dem Schlauch. So, ich finde das jetzt gerade nicht. Moment. Lass mich gerade mal kurz gucken. Äh, hä? Das war doch hier, oder? Ah, gehen wir gerade vielleicht ein Stück hoch. Genau, richtig. Vielleicht kommen wir jetzt zum Artefakt. Ist freigeschaltet jetzt? Hä, wie kommen wir zu diesem Artefakt? Ich habe doch gerade irgendwas mit Artefakt freigeschaltet. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich check's nicht. So, jetzt gehen wir gerade nochmal hier hoch. Scroll mal kurz raus. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Ich treib' gerade hier einen Scheiß. Hä? So. Wir laufen jetzt mal da lang. Genau. Genau, gehen wir hier wieder hoch. Hop, hop. Nice. Hopp, hopp. Nice. Hopp, hopp, hopp. Ja, das ist doch schon mal nice. Keine Art, wo da aktuell ist. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, machst du es jetzt auch heute mal wieder kürzer als die letzte Male. Ja, aber es ist schon spät und ich will euch diesmal auf jeden Fall nicht im Stich lassen und mal keine Folge rausbringen. Deswegen, jetzt war ich böse. Das ist die Folge, die jetzt mal ein bisschen kürzer ist. Aber von daher, wenn es euch gefallen hat, ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.